Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial auf diesem Kanal. Das geht jetzt wahrscheinlich eher die Leute was an, die jetzt auch YouTube machen, denn da gibt es ja jetzt seit Anfang Februar nicht mehr die Option zum automatischen Teilen auf Twitter, also dass die Videos, die man auf YouTube veröffentlicht, automatisch bei Twitter landen. Und da wollte ich euch ein kleines Workaround vorstellen, wie das trotzdem noch machbar wäre. Und ich empfehle euch da ifttt. Einfach auf ifttt.com gehen und dann landet ihr hier. Da müsst ihr euch dann registrieren und das ist eine Seite, wo ihr quasi, falls das, dann das Schleifen programmiert. Also der Seitenname bedeutet auch if this, then that. Und was ihr einfach machen müsst, ihr registriert euch, dann loggt ihr euch ein, geht dann auf myapplets, beziehungsweise ihr könnt auch nach Applets suchen und dann gibt es hier alles mögliche. Zum Beispiel, wenn ich einen Bloggerpost mache, dann soll er das zu Reddit posten und das gibt es mit allen möglichen Kram hier. Ich teile ein neues Video von YouTube auf der Facebook-Page und Twitter und so, bla bla. Könnt ihr nutzen, wenn das für euch okay ist, aber ihr könnt auch einfach ein neues Applet machen. Dafür geht ihr oben links hier auf myapplets. Da seht ihr noch, welche ich gerade nutze. Und dann könnt ihr hier auf der rechten Seite auf newapplet klicken und euch das dann so anpassen, wie ihr wollt. Das müsst ihr nicht für Social Media machen, das könnt ihr für alles mögliche machen. Ist eine sehr coole Seite. Und dann klickt ihr hier einfach, wenn das passiert, ihr klickt dann auf dieses this. Da sucht ihr dann erstmal YouTube in diesem Fall. Wenn YouTube, dann gibt er dir hier so eine kleine Auswahl an Sachen, die du als if-Befehl sagen kannst. Und wir wollen ja jetzt, wenn ich ein neues Video uploade, klicken wir auf das zweite. Dann tue das. Dann klickt ihr auf dieses that drauf. Gebt da dann zum Beispiel Twitter ein. Und sagt dann, dann poste ein Tweet. So, und hier könnt ihr dann einstellen, was alles in diesem Tweet dann vorkommen soll. Hier ist jetzt schon voreingegeben, dass der Titel des Videos eingegeben werden soll. Und danach dann noch die URL. Ihr könnt hier vor zum Beispiel das auch noch anpassen. Wie zum Beispiel, ja, hi, ich habe ein neues Video. Schau doch mal rein. Smiley. Da könnt ihr übrigens auch Emotes und sowas reintun, falls ihr Emojis habt. Das übernimmt ihr, wenn ihr das machen wollt. Und hier gibt es dann auch noch andere Ingredients, die ihr da einfügen könnt. Statt Titel oder URL könnt ihr zum Beispiel auch noch die Description reintun. Bei Twitter jetzt nicht so schlau, weil man bei Twitter ja nur 280 Zeichen hat. Das müsst ihr bedenken. Oder ihr könnt auch den Autorennamen sagen, dass er wieder reinkommen soll. Dann steht da halt bei mir Desidious bei. Oder was auch immer. Und wenn ihr das dann speichert und Create Action sagt. Und euch dann noch mit Twitter und mit YouTube verbunden habt. Dann habt ihr euren If Then Then This. Und das bestätigt ihr dann noch mit Finish. Und müsst ihr dann nur noch einschalten. Und ja, dann macht er automatisch. Wenn ihr ein neues Video uploadet, dann postet er das auf euren Twitter-Account. Und je nachdem welchen Twitter-Account ihr halt bei If This Then This hinterlegt habt. Ja, das nur als kleines Video für zwischendurch. Genau, das könnt ihr auch für alles andere nutzen. Hier gibt es halt Millionen von irgendwelchen Applets. Müsst ihr halt gucken, ob die für euch passen sind oder nicht. Sonst da stellt ihr euch einfach euer eigenes Applet. Und ja, ich hoffe, das hat einigen Leuten von euch geholfen. Wenn ja, dann könnt ihr ein Like da lassen. Und ja, bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020